Guten Tag und herzlich willkommen, Sarah heute bei mir. Hallo. In welche Klasse gehst du? 8.1. Und in welchem Projekt bist du? Catering. Warum hast du dich für dieses Projekt entschieden? Weil ich zu Hause gerne koche und weil es mir Spaß macht. Hast du schon einen Frauen in diese Richtung gemacht? Eigentlich nicht so. Hast du neue Sachen gelernt zum Projekt? Ja, habe ich. Wie zum Beispiel? Ähm, wie man eine andere Schneidung tun. Okay. Hast du vor, deine Berufswahl in diese Richtung zu wählen? Eigentlich nicht. Und zum Schluss, was sind deine Aufgaben in dieser Woche? Also jetzt im Projekt? Na, zu kochen halt und zu schneiden. Okay, dann danke schön. Bitteschön.